Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vom Schnappschuss zum schönen Porträtfoto mit Lumina AI, darum geht es in diesem Video. Ja, Schnappschüsse von Personen spiegeln ihren Charakter oft sehr gut wider, denn die Person gibt sich sehr natürlich und ungezwungen. Sobald eine Person merkt, dass sie fotografiert wird, machen viele zu, sie wollen nicht mehr fotografiert werden oder sie fangen an zu posen und dann sieht man nur noch ihr Fotogrinsen, was sie auf jedem Foto haben. Oft haben aber Schnappschüsse, da sie in der Regel sehr situativ entstehen, störende Elemente im Bild. Entweder ist der Hintergrund zu scharf, die Farbigkeit ist nicht schön oder es ragt dem Fotografierten irgendein Objekt aus dem Kopf, was sich im Hintergrund befand, was man aber bei der Aufnahme einfach nicht gesehen hat. Schöne Porträtfotos haben aber bis auf wenige Ausnahmen eigentlich immer eins gemein. Eine klare Trennung zwischen dem Fotografierten und dem Hintergrund. Erst dann tritt der Fotografierte aus dem Bild heraus, wird wichtig und der Betrachter beschäftigt sich gern damit. Wie ihr das mit Luminar AI hinbekommt, das zeigen wir euch jetzt. Also legen wir mal los. So und rausgesucht habe ich hier mal zwei Schnappschüsse, die ich mit euch bearbeiten möchte. Und zwar einmal dieses Doppelporträt und ein Einzelporträt. Das Einzelporträt gibt es für Kanalmitglieder zum Mitmachen wieder als Download. Den Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und grundsätzlich sieht man schon, die Personen sind eigentlich ganz gut getroffen, aber zum Beispiel die Farbigkeit ist nur so lala. Hier stört auch der Hintergrund gewaltig. Allerdings stören mich auch in diesem Bild einige Dinge. Starten möchte ich mit dem Doppelporträt. Und wenn ich da erstmal direkt mit der Bildanalyse starten möchte, dann stört mich zum einen hier der doch sehr unruhige Hintergrund. Natürlich auch die Farbigkeit. Da ist mir einfach zu wenig Wärme auf den Personen. Und der Hintergrund, der muss auf alle Fälle viel unwichtiger werden, damit man sich mehr mit den Personen beschäftigt. Ich wechsle direkt mal in den Bearbeiten-Modus. Da starte ich auch gleich mit dem zweiten Werkzeug-Bildaufbau, denn ich möchte das Format noch ein bisschen anpassen hier an die zur Porträtierenden. Ich werde hier diesen doch sehr ablenkenden gelben Rand wegschneiden, damit das Bild hier schön dunkel ausläuft. Und dann sieht man auch, rücke ich die beiden Personen etwas stärker in die Drittelteilung, wo sie dann auch viel schöner im Format sitzen. Dann werde ich als nächstes das Werkzeugradieren aufrufen, um hier unten diese Ecke, die mich auch noch sehr stört, wegzuradieren. Ich mache mir den Pinselradius etwas größer mit gedrückter Shift-Taste und dem Mausrad. So ist das gut und dann kann ich einfach hier unten die Ecke wegradieren. Ich klicke auf Radieren und dann ist das schon mal erledigt. Ja, als nächstes mache ich weiter mit dem Werkzeug Belichtung, denn mir ist das Bild nicht warm genug. Ich werde die Temperatur mit plus 10 in den gelben Bereich ziehen und auch die Färbung mit plus 5 etwas stärker in den Rot-Magenta Bereich, damit einfach der Teint und die Hautfärbung etwas wärmer und damit auch etwas weicher wird. Mehr mache ich hier in der Belichtung allerdings nicht. Dann kann ich gleich zu den Porträt-Tools wechseln und da werde ich mit dem Werkzeug Haut-AI starten. Alle die Werkzeuge aus dem Porträt-Bereich, die ich einsetzen werde, die arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, ich brauche entweder gar nicht zu maskieren oder die Maske immer nur ganz leicht zu verfeinern. Hier bei der Haut, da brauche ich das gar nicht machen. Ich möchte nur die Haut etwas glätten. Das werde ich allerdings so mit plus 50 in etwa tun und dann sieht man schon, dann sind so kleine Hautunreinheiten weg und die Haut wirkt einfach ein bisschen weicher und bekommt so einen ganz leichten Schein. Das finde ich sehr schön. Glanz entfernen werde ich auch noch etwas anmachen, auch wenn hier nicht viel Glanz auf der Haut ist. Aber auch hier sieht man, dass das ganz leicht ausgleichend wirkt. Also, das werde ich auf alle Fälle auch einsetzen. Weiter mache ich dann mit dem Werkzeug Gesicht-AI und da möchte ich zum einen die beiden Gesichter leicht aufhellen, damit sie einfach schon mal deutlicher rausstechen. Das reicht mir aber so mit plus 30. Und dann sind natürlich immer bei Porträts die Augen ganz, ganz wichtig. Und die möchte ich jetzt auch noch deutlich betonen. Dazu mache ich einmal den Iris-Glanz etwas an. Dann bekommt die Iris hier unten einen etwas helleren Schein. Auch das reicht mir aber so mit ca. 40. Ganz leicht werde ich auch noch die Augen vergrößern, weil das in der Regel immer etwas schöner aussieht. Hier aber tatsächlich nicht stark, weil die Augen gerade bei der Person schon sehr hervorgehoben sind. Und da möchte ich die wirklich nur marginal vergrößern. Aber Augen aufhellen, das betrifft jetzt das Augenweiß. Das möchte ich noch ganz leicht anmachen mit plus 15. Können wir vielleicht sogar ein bisschen stärker machen mit plus 20. Und Augen optimieren. Das betrifft jetzt die Iris. Und ihr seht das, dann bekommen die Augen viel mehr Glanz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das werde ich hier auch deutlich anmachen mit plus 60. Ja, und dann mache ich das Werkzeug einmal aus und wieder an. Ja, und dann sieht man schon, dass das wahnsinnig wichtig war. Die Augen sind jetzt viel heller, viel glänzender, viel ansprechender geworden. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, den Kontrast zwischen Hintergrund und den zu Porträtierenden zu verstärken. Und da ist natürlich das Werkzeug Porträt mit Bokeh AI ein ganz tolles Werkzeug, was weitestgehend auch automatisiert arbeitet. Dazu stelle ich schon mal die Menge nur leicht an. Warum? Weil ich mir die Maske anschauen möchte. Und dazu reicht mir das, wenn ich die Menge erstmal ganz leicht anmache, um eventuelle Fehler in der Maske besser sehen zu können. Und dann sehe ich auch hier am Arm, da stimmt die Maske nicht ganz. Ich hoffe, ihr seht das. Wenn ich das nicht so stark anmache, dann sehe ich nämlich noch das Bild relativ deutlich, ohne dass er es gleich so stark in die Unschärfe zieht. Und hier zwischen den beiden Köpfen, da gefällt mir das auch nicht ganz so gut. Sonst ist die Maske aber sehr gut. Also das werde ich noch reparieren. Zum einen möchte ich natürlich hier den Arm wieder in den Fokus ziehen. Dazu stelle ich die Weichheit ganz stark runter. Und den Radius mache ich natürlich deutlich kleiner. Und dann kann ich hier den Arm schon mal wieder reinholen, so dass er praktisch in der Maske wieder komplett drin ist. So, das ist schon mal super repariert. Und hier oben möchte ich das Ganze unschärfer machen. Da muss ich allerdings den Radius noch kleiner wählen. Dann auf Defocus gehen. Da soll das Ganze wieder unschärfer werden. Und dann werde ich das hier noch ganz bisschen versäubern. Und dann sieht man auch direkt, warum die Maske das mit ausgewählt hat, weil da im Hintergrund auch was Helles ist, wie hier zum Beispiel. So ist das aber völlig okay. Und jetzt kann ich die Menge deutlich erhöhen, damit mein Hintergrund viel unschärfer wird. Ich würde das jetzt hier mal so mit einer Menge von ca. 40 eingestellt lassen. Dann ist der Schärfekontrast zwischen meinen beiden Personen und dem Hintergrund sehr schön. Und die beiden Personen werden sehr gut rausgearbeitet. Jetzt gehe ich hier noch einmal auf den Reiter Hintergrund. Denn ich möchte zum einen die Helligkeit noch etwas runter regeln. So mit ca. minus 10 bis 15. Ich lasse das mal so auf minus 13 stehen. Und auch die Farbtemperatur möchte ich etwas kälter wählen, damit meine zu Porträtierenden noch stärker und wärmer in den Vordergrund gerückt werden. Ja, aber so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und ich mache jetzt einfach mal das Auge aus und wieder an. Ja, und dann sieht man, wie schön die beiden Personen hier nach vorne geholt werden. Bisschen hier die Fisselhaare auch wegmaskiert werden. Das heißt, dadurch wirken sie auch etwas besser gekämmt, die beiden. Und der Kontrast zwischen den Personen und dem Hintergrund haben wir so schön verstärkt durch einen stärkeren Unschärfekontrast, durch einen stärkeren Farbkontrast und auch durch einen stärkeren Helligkeitskontrast, dass die beiden sehr schön rausgearbeitet werden und dadurch natürlich eine viel höhere Eyecatcher-Wirkung haben. Ja, kommen wir mal zum Einzelporträt hier. Auch das ist vom Foto eigentlich schon ganz gelungen. Also die Bildaufteilung gefällt mir ganz gut hier. Und der Hintergrund ist auch auf alle Fälle unscharf genug. Aber ich finde, es könnte noch ein stärkerer Farbkontrast rausgearbeitet werden. Dann stört mich natürlich dieses doch sehr stark ablenkende rote Auto im Hintergrund. Wir müssen insgesamt noch etwas an der Farbigkeit arbeiten. Und das beginne ich jetzt auch direkt mit dem Werkzeug Belichtung. Da werde ich nur die Farbtemperatur, also die Blau-Gelb-Wippe, etwas stärker in den blauen Bereich ziehen. Ja, und dann sieht man, ist dieser etwas störende Gelbstich in der Haut schon mal raus. Also die Hautfarbe gefällt mir jetzt schon deutlich besser. Ich werde jetzt auch an den Lichtern nichts reparieren. Auch wenn ich die Nase ein wenig zu hell finde, das mache ich gleich in dem intelligenten Porträt-Werkzeug Haut-AI. Und wenn ich hier Glanzentfernen anmache, dann sieht man das, wie die Nase, dieser helle Lichtpunkt auf der Nase, sehr schön repariert wird. Also so doll brauche ich das auch gar nicht. Ich lasse das mal so mit ca. 50 an. Und auch die Haut möchte ich hier noch deutlich glätten. Ja, das mache ich auch ruhig mal mit 50. Ich glaube, ich mache es sogar noch ein ganz bisschen stärker an mit plus 60. Dann wirkt die Haut doch deutlich weicher. Ja, das alles ohne sie maskieren zu müssen, das finde ich immer wieder toll. Weiter mache ich jetzt wieder mit dem Werkzeug Gesicht. Auch hier werde ich das Gesicht noch ganz leicht aufhellen, aber natürlich nicht so stark wie bei dem Foto eben. Das reicht mir eigentlich so mit 20 hier. Dann kommt das Gesicht sehr schön rein und hell rüber. Hier werde ich allerdings auch das Gesicht noch etwas schlanker machen. Und da ich weiß, dass die Person hier immer so ein ganz bisschen mit ihrem runden Gesicht hadert, mache ich das einfach noch ein ganz bisschen schlanker. Ich weiß, das wird ihr auf alle Fälle gefallen. Ich mache einmal schon dieses Werkzeug aus und wieder an. Ja, und das gefällt mir schon mal auf Anhieb sehr, sehr gut. So, und auch hier wieder ganz wichtig, die Augen. Auch hier werde ich Irisglanz etwas anmachen. Hier nicht so stark, weil die Iris hier schon deutlich besser zu sehen ist, aber so bekommt sie noch ein wenig Glanz im unteren Bereich. Die Augen werde ich auch hier ganz leicht vergrößern. Hier mache ich das auch ruhig mal mit plus 25. Augen aufhellen kann man eigentlich fast immer das Augenweiß etwas betonen. Dann wirken die Augen auch etwas stechender und klarer. Und Augen optimieren können wir auch hier wieder deutlich anmachen. Dann sieht man, wie der Lichtpunkt stärker rausgearbeitet wird in der Iris und die Iris insgesamt eben auch. Man sieht das schon direkt, wie viel klarer jetzt die Augen wirken und dadurch natürlich viel mehr den Betrachter ansprechen. Ist für ein Porträt immer ganz, ganz wichtig. Ja, und dann bin ich auch schon wieder bei dem Werkzeug Porträt mit Bokeh AI. Und hier brauche ich den Hintergrund gar nicht unschärfer machen. Nichtsdestotrotz mache ich die Menge ganz leicht an. Warum? Um mir die automatische Maske hier, die erstellt wird, zunutze zu machen. Und hier ist die Maske auch perfekt auf Anhieb ausgearbeitet, um den Hintergrund unwichtiger zu machen. Das heißt, hier werde ich die Helligkeit im Hintergrund leicht runter regeln mit minus 30. Und die Farbtemperatur auch wieder etwas in den kälteren Bereich ziehen. Damit meine Person im Bild einfach deutlich wärmer in diesem Bild steht und sich viel stärker rausarbeitet. So, mit minus 30 reicht mir das völlig. Ich mache auch das Werkzeug nochmal aus und wieder an. Ja, und dann sieht man das. So, und jetzt stört mich eigentlich nur eine Sache noch. Und zwar dieses rote Auto hier im Hintergrund. Deswegen werde ich hier nochmal in das Werkzeug Farbe gehen, in den HSL-Bereich und werde da einmal die Sättigung der roten Farbe auf minus 80 stellen. So, dann sieht man natürlich auch, dass aus meinem Porträt die ganze Farbe rausgeht. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde gleich nur das Auto maskieren. Gelb werde ich auch noch ganz leicht mit minus 20 runter regeln. Und dann werde ich hier auf das Maskierungssymbol gehen. Die Malmaske ist richtig. Opazität stelle ich wie immer deutlich runter auf ca. 40. Weichheit und Radius kann ich so lassen. Ja, und dann male ich diese Maske tatsächlich hier nur in dieses Auto rein. Ich kann hier den Baum ruhig mitnehmen, denn da gibt es keine roten Bestandteile. Und dann sieht man hoffentlich, wenn ich das Werkzeug einmal aus und wieder anmache, wie das Rot aus dem Auto komplett raus geht. Und dadurch das Auto viel unwichtiger wird und sich nicht mehr so stark in den Vordergrund spielt. Ja, und dann ist auch dieser Schnappschuss, wie ich finde, zu einem schönen Porträt geworden, was viel mehr Eyecatcher-Qualitäten jetzt auf der Person hat. Und der Hintergrund ist deutlich unwichtiger geworden. Ja, ich hoffe, dass euch das Video wieder ein bisschen gefallen hat. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like von euch. Wenn ihr Lumina AI jetzt mal kostenlos ausprobieren wollt, dann findet ihr wie immer unten in unserer Videobeschreibung einen Link, der euch zur kostenlosen Tryout-Version leitet. Solltet ihr Lumina AI käuflich erwerben wollen, dann vergesst bitte nicht unseren Rabattcode. Damit bekommt ihr Lumina AI 10 Euro günstiger. Ja, und dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns auch ganz bald wieder. Bis dahin, euer René.